Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore nach sechs Monaten Pause. Ja, das war ein bisschen turbulent und dann habe ich auch so ein bisschen, was heißt das Interesse verloren? Ich suche im Moment so ein bisschen einen neuen Zweck für die Welt, weil das mit dem Maja-Dorf hat im Moment nicht so ganz mein Interesse. Ich habe zwar die Sachen alle, das meiste habe ich zwar in der anderen Welt fertig, aber im Moment habe ich da irgendwie einfach nicht so wirklich den Nerv. Ich hoffe, dass das noch zurückkommt, weil ich würde es ungern unfertig lassen und dann kamen andere Sachen dazwischen. Ich mache ja eigentlich auch noch anderen Content und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wo wir überhaupt hier waren. Ich habe jetzt dazwischen jetzt mal ein bisschen aufgeräumt und ein paar Notizen gemacht, aber nicht wirklich was weltbewegendes oder doch ein bisschen was. Ich kann gleich mal was zeigen. Ich kann ja mal gerade zeigen, eine Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe, einfach weil ich sie echt jetzt mal gemacht haben wollte und dann konnte ich nicht mehr warten, bis ich wieder streame. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ehrlich gesagt, weil es mich ein bisschen enttäuscht zurückliest. Wie man sieht, hier geht's ab. Also ich meine, ich habe die Mine generell mal immer wieder mal besucht, einfach wenn ich mal irgendwie ein bisschen was mit stumpfer Ablenkung brauchte. Aber das hier ist nicht das Resultat meiner Spitzhacke, sondern das war tatsächlich das erste Mal. Ich habe damit vorher noch nie gearbeitet, aber... Glitzer Mining of Screen. Äh, ja. Ich kann ja kurz demonstrieren. Das ist mein erster Tunnelbohrer. Hm, irgendwas Interessantes. Sieht nicht so aus. Äh, ich habe dann leider sehr schnell festgestellt, so ein einzelnes Ding verliert schnell seinen Reiz, weil es ist halt auch begrenzt, was dabei rumkommt. Ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft, wenn ich schon hier bin. Ich meine, vielleicht ist das auf einem anderen Level, auch wenn man nicht unbedingt nur Diamanten sucht, besser. Aber Diamanten sind eigentlich das. Ich habe tatsächlich mal kurz mit dem Gang gespielt, weil ich ein paar Videos gesehen hatte und dann ein bisschen größenwahnsinnig wurde, ob ich mal einfach versuchen sollte, eine Zeit lang einfach richtig rich zu werden, was Diamanten angeht. Aber dafür braucht man eigentlich schon richtig diese verzahnten Tunnelbohrer, wo du dann irgendwie zehn Flying Machines miteinander hast oder noch mehr, die du dann alle zentral steuern kannst. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Redstone. Vor allem, weil da auch, wenn man es eigentlich nur nachbaut und nicht versteht, wie es funktioniert, dann kann da auch relativ viel schief gehen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Mit denen arbeite ich vielleicht doch nochmal mehr an verschiedenen Orten. Aber ich glaube, so ein verzahntes Ding, ich weiß nicht, ob ich dafür jeden Skill besitzen werde. Manchmal habe ich schon Lust, mein Redstone-Game ein bisschen zu verbessern. Ich habe mir tatsächlich auch gestern noch ein paar Videos dazu angeguckt. Aber ich finde halt, Redstone ist so eine Sache, dafür muss man ein Gespür haben oder eben nicht. Wenn man dieses Gespür nicht hat, ist es sehr frustrierend. Weil dann baut man die Sache nach, hat vielleicht auch halbwegs drauf, wie sie funktioniert, wenn es kein mega komplizierter Mechanismus ist. Und dann funktioniert es trotzdem nicht so, wie es soll. Und dann stellt sich raus, dass halt irgendein Minecraft-Update, irgendeine Interaktion, die der Mechanismus halt vorher beruhte, verändert hat. Und dann muss man erstmal rausfinden, was der Fix dafür ist. Weil wenn du Pech hast, dann hat das halt nur nochmal ein anderer YouTuber halt gefixt. Aber halt nicht derjenige, der das ursprünglich gemacht hat. Aber eine Redstone-Sache, an der ich mich heute mal probieren möchte, ist ein Schulkerbox-Unloader für hier. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den hier hinquetschen soll. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass der hier oben dann durchragt. Ich hoffe, das kriegen wir hin, dass es halbwegs gut aussieht. Oder halt, das wäre dann vor allem halt beim Sandduplikator um etwas, ein Schulkerbox-Loader. Dass wir da halt dann immer fertige Schulkerboxen rauskriegen, die dann schon randvoll sind. Weil das ist da ziemlich beengt. Und dann jedes Mal die Schulkerboxen platzieren, manuell die Sachen rausholen, da reinpacken. Es ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Wireless Redstone, was? Ja, gut, mit den Target-Blocks und mit den Skull-Sensoren geht das ja inzwischen. Wobei, wir waren ja auch noch nicht im Deep Dark. Und ich habe auch noch keinen Grund dazu. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe jetzt mal die Karte hier rüber verlegt. Wir haben dafür, dass diese Karte jetzt schon drei Jahre alt ist. Oder auf die drei Jahre zugeht. Echt nicht so viel entdeckt. Das sind vier komplette Karten und das war's. Aber ich bin halt auch jemand, ich gehe nicht groß rumfliegen, wie es andere. Also, wenn ich immer YouTuber sehe, die dann irgendwie 30.000 Blöcke rausfliegen, um alle Biome zu finden. Und ich denke mir so, ja, ihr macht das jetzt, um alle Advancements zu kriegen. Aber wenn ihr halt nichts Bestimmtes sucht, dann heißt das halt, sobald ein Minecraft-Update kommt, müsst ihr umso weiter fliegen, um Orte zu finden, wo ihr diese neuen Sachen halt haben könnt. Und ich weiß nicht, ich bin auch nicht so hundertprozentig zufrieden hier mit der Base. Ich habe überlegt, weil das ist ja doch alles relativ beengt. Und ich mag, wie es sich entwickelt hat, wie das alles so ein bisschen verzahnt ist da unten unter der Haube. Das finde ich immer sehr cool. Aber es ist schon auch irgendwie klein. Und deswegen habe ich dann überlegt, ob wir nicht versuchen, so eine neue Base zu bauen. Aber ich will halt nicht alles schon wieder von vorne bauen. Hier sind ja auch einige Farmen drin. Vor allem das Sortiersystem, das war halt ein Haufen Arbeit. Und ich will ja auch nicht alle Items verlegen. Also, ich weiß nicht. Ich brauche halt irgendwie einen Moment, ein Projekt, wo ich auch einfach mal, ohne, dass ich groß Sachen vorbereiten muss, offscreen, einfach mal machen kann. Ich habe überlegt, ob Diamantenfarmen sowas, oder einfach Höhlen tun, sowas sein können. Aber da kommt halt nicht wirklich was drumherum, weil Diamanten eigentlich ziemlich useless sind. Außer halt zum Flexen. Und zum Flexen, wie gesagt, wenn man solche Mengen haben will, dann braucht man halt wirklich diese krassen Tunnelbohr-Geschichten. Das ist so ein bisschen mein Dilemma. Und die restlichen Rohstoffe, also aufgesehen jetzt mal von Ancient Debris, was das gleiche Problem hat wie Diamanten. Die anderen Ressourcen kann man alle farmen. Deshalb ist es eigentlich voll useless, irgendwie für Gold. In einem Battle-Embiom eigentlich da Minen zu gehen, ist cool, weil es so viel Gold da gibt. Aber das Gold kriegst du halt in einer Goldfarm mit wesentlich weniger Aufwand, wesentlich schneller. Also, ja, da muss ich mir noch was überlegen. Also bei Diamanten, der größte Nutzen für Diamanten sind halt im Moment die Bäume. Deswegen habe ich jetzt auch als Zuschauerbelohnung, dass man eine Baumpartung schafft, auch über Zuschauerpunkte kriegen kann auf Twitch. Und auch darüber seinen Baum upgraden kann, wenn man das möchte. Wobei, je nach Farbwunsch, den ihr habt, habe ich heute noch festgestellt, ist das nicht mal so nützlich, wenn ihr dann nicht die höherwertigen Materialien nutzen wollt. Und irgendwas bräuchte ich auch noch dann für die Leute, die schon T3 haben. Ich sollte anmerken, ich führe Buch darüber über diese Bäume, damit ich die im Zweifel halt relativ schnell wiederfinde. So, jetzt habe ich ganz lange geredet und noch nichts erreicht. Das hier ist übrigens Material für eine Mat- bzw. eine Clayfarm, die dann hier hingehen würde. Also dann wird wahrscheinlich der Teil hier verschwinden. Das würde dann ziemlich knapp hier enden. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich habe ja in letzter Zeit viel mit Lightmetica gearbeitet. Und für so komplexe Mechanismen oder wenn ich einfach nur Sachen nachbaue, ist das auch total geil. Weil es ist auf jeden Fall besser, finde ich, als ständig in eine andere Welt zu wechseln oder auf Screenshots gucken zu müssen. Das unterbricht hier immer den Fluss im Stream, finde ich. Nur früher, so vor zehn Jahren, als Minecraft noch neu und cool war, hat man halt diese ganzen Farben selber designt. Und ich auch. Und das ist mir so ein bisschen flöten gegangen die letzten Jahre, was ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade finde. Also auch selbst ganz normale Farben. Und dann kommen noch dazu, also jetzt zum Beispiel für Gebäude, die ich mehrmals baue, wie zum Beispiel jetzt bei der Maya-Dorf war es ja auch so. Ich habe hier Türme an verschiedenen Orten gebaut. Ich habe manche Gebäude mehrfach gebaut. Und da will ich auch, dass die gleich sind. Aber so dieses Gebäude-Freestylen ist auch eigentlich etwas, wo ich besser werden möchte. Und ich werde nicht besser, wenn ich die ganze Zeit Lightmatica nutze und die Sachen dann halt creative vorplane. Aber da kommt halt auch wieder das Problem rein, dass ich nicht wirklich weiß, was ich groß bauen möchte, was kompletter Selbstzweck ist. Zum Beispiel auch, wenn ich mir Filze angucke oder was, was der macht. Er sagt halt auch, baue eine Farm und baue irgendwas Cooles drumherum. Aber sowas, ich sehe halt schon, was er meint. Weil irgendeinen funktionellen Zweck muss es meiner Meinung nach schon erfüllen, damit du einen Grund hast, hinzugehen. Sei es, dass zum Beispiel beim Neta-Monument die Guardian-Farm drin ist. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich nicht noch ein paar Monumente drainen will, weil das schon auch irgendwie ziemlich therapeutisch sein kann. Und man da auch definitiv noch mehr Sachen machen könnte. Und es wäre was, was auf der Karte zu sehen wäre, wie hier. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch immer das Gleiche. Und ich finde, ein Monument zu transformieren, so wie ich es mache, ist halt auch jetzt nicht gerade eine kreative Leistung. Vor allem habe ich wieder festgestellt, Monumente haben eine gerade Anzahl an Blöcken an den Seiten. Das heißt, die Musterung, die ich vielleicht noch hinzufügen wollte, kann ich auch nicht machen. Ich habe überlegt ein bisschen hier, wie ich es hier gemacht habe. Mit dem Ankh. Das geht natürlich nur mindestens mit einer Fünferbreite. Oder einer Siebenerbreite, aber nicht mit einer Viererbreite, weil sonst ist es nicht symmetrisch. So, wir können da kurz ins Notizbuch gucken. Ich habe hier einige Sachen im Laufe der Zeit. Baumfarmen, genau. Spawnchanks, das ist auch so ein Rieses Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich mit einer Spawnchanks machen will. Ich will auch gerne irgendwo einen Platz für eine riesige Karte haben, die ich nie wieder verlegen muss. Wo ich beliebig mich ausbreiten kann. Aber ich finde, es müsste irgendwie in den Boden eingelassen sein, dass ich auf der Karte laufen kann. Weil hier, wenn ich hier gucke, man sieht schon da oben, das kann man nicht mehr lesen. Das bringt mir also nicht so viel. Ich muss schon irgendwie hier drüber laufen können. Und dann weiß ich halt nicht, wie viel Platz ich einplanen möchte. Weil egal wie viel, es ist irgendwie endlich. Und dann müsste ich halt wieder mühsam das erweitern. Selbst wenn ich sage, ich erlaube mir halt pro Update halt irgendwie immer so einen Ring oder ein Quadrat dazu. Was ja schon dann ein quadratischer Anstieg mit der Versionsnummer wäre. Also so viel werde ich nicht erkunden. Aber es ist halt endlich und das stört mich. Es ging ja noch weiter. Magma Cube, Froglight Farm. Ja, dafür bräuchte ich eine Bastion. Am besten eine mit Magma Cube Spawner. Ich glaube, du musst versuchen, dir zu erlauben, Dinge zu bauen, die später wieder umgebracht oder abgerissen werden. Umgebaut, ja. Ich möchte aber auch nicht einmal abreißen. Ist halt immer blöd. Das ist eigentlich immer so eine Verschwendung. Was ich mir erlauben müsste, dass irgendwo, beziehungsweise ich bräuchte halt irgendeine Idee, irgendwo was hinzubauen, was einfach nur ein Landmark ist. Oder dass es irgendwie einen Zweck erfüllen muss. Ach ja, was ich gemacht habe, wir können jetzt problemlos, ähm, das ist die, nee, das ist die falsche. Wir können jetzt problemlos, ich kann mit R jetzt, äh, Items der gleichen Familie abrufen. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich auf ein Schwert oder auf ein Werkzeug gehe, dann halt Werkzeuge. Oder zum Beispiel jetzt hier. Oder zum Beispiel jetzt auch, könnte ich jetzt über die Fackel alle Lichtquellen abrufen. Der nimmt die dann auch aus Schulkerboxen raus. Wobei ich glaube, er füllt jetzt hier nicht nach, ne? Ich kann auf Laterne gehen, aber ich kann jetzt nicht die Fackel nachfüllen. Das ist nicht so cool. Aber ansonsten, bei normalen Baublöcken nimmt er dann halt die, die irgendwie damit zu tun haben. Also hier dann zum Beispiel halt auch Packed Mud, Mud Bricks, wenn man, dass man halt ein bisschen leichter die Sachen aus, äh, aus seinem Inventar hier kriegen kann. Und hier geht's dann halt mit, äh, Nahrung. So, Beetroot-Felder, dafür müssen wir irgendwann mal ein bisschen rumfliegen und gucken, dass wir mal, äh, Beetroots finden. Aber das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Also irgendein, äh, irgendein Feld wird die haben. So, Schlammgenerator, genau. Straßen ausbauen. Das mit den Stonebricks durch die Mud Bricks ersetzen lassen wir bleiben. Dunkler Tempel. Ja, tatsächlich, äh, ich hätt schon irgendwie Bock, so ein, äh, dunkles Volk-Biom zu bauen. Selbst wenn es erstmal nur das Biom ist ohne Gebäude. Aber ich wüsste halt nicht, wo. Und ich finde halt, eigentlich macht es Sinn, wenn die Siedlersachen alle irgendwie halbwegs aneinander angrenzen. Aber ich weiß ja noch nicht mal, wie groß, äh, das Maya-Gebiet am Ende sein wird. Geschweige denn, was in dem Umgebungsbereich dann so ist. Also dazu müsste ich das Projekt halt erstmal fertig machen. So, AFK-Plattform verschönern. Äh, ja, das ist für die, äh, für das Neta-Monument dann drüber. Ich hab dann echt überlegt, dass, das, was mir einfiel dafür, aber es ist, finde ich, halt auch zu klischeehaft. Und ich hab auch gar nicht den Film gesehen, aber dieses Haus aus oben mit den Ballons, das ist ja eigentlich nicht, was heißt, nicht mega kompliziert. Man muss ja nicht, es muss es ja auch nicht eins zu eins nachbauen. Aber es ist halt schon, aber es ist halt, finde ich, auch irgendwie so basic. Und ich finde, eine AFK-Plattform sollte ja irgendwie auch schon irgendwie, man sollte schon irgendwie nach unten sehen können. Deswegen bin ich da halt auch noch zwiegeschlagen, ob ich sowas machen will. Aber ich, ich hätte halt, bräuchte halt eigentlich, finde ich, irgendwas, irgendein Design, was halt ich habe, womit ich halt, wie ich halt AFK-Plattformen baue. Dass die halt, äh, nicht nur irgendwo oben, wo man nie hinguckt, drin sind, sondern halt irgendwie auch ein bisschen was zur Ästhetik der Welt beitragen. Und man da auch gerne mal hinguckt. Da habe ich auch überlegt, bei der River-Skelett-Farm, einen Pumpkin-Dispenser zu machen, weil das Ding ist, sobald die River-Skelette, wenn du die mit, die keinen Schädel haben, können ja mit einem Pumpkin versehen werden. Und dann würden sie als, äh, äh, markiert und würden nicht mehr zum Spawn-Cap zählen. Das würde natürlich die Raten ein bisschen erhöhen. Problem damit ist aber, dass, äh, wir dann trotzdem eine Lösung für Entity-Cramming brauchen. Und das setzt voraus, dass wir halt an den beiden untersten Blöcken entweder Leitern oder Weins hinsetzen. Wir können aber am untersten Block nichts dergleichen hinsetzen, weil wir da schon eine Druckplatte haben. Ich habe ja diesen Indikator gebaut mit den Lampen, um zu sehen, ob mehr als 15, äh, Skelette da sind. Und ich habe ehrlich gesagt so viel getüftelt, um das hinzukriegen und war dann so stolz, ich will das nicht wieder abbauen. Abgesehen davon, dass wir auch nicht den Riesenbedarf an Wivers, also Wiverskelettschädel haben wir im Moment nicht so den Bedarf. Wenn ich mal gerade ins Beacon-Kit gucke, wir haben 52 Beacons. Ich habe eigentlich die Farm am Ende mehr für Kohle und für, äh, Knochen gebraucht. Das ist jetzt eigentlich auch mehr für Knochen, weil wir haben jetzt eh unbegrenzt Lava. Das heißt, unser Superschmelzer arbeitet auch kostenlos. Und ich glaube, die Straßen, das müsste auch erstmal ein Projekt sein in Zukunft, dass wir diese Straßen einfach mal so lange führen, bis wir irgendwas finden. Sei es Küste, sei es irgendwas, was wir gebaut haben oder sonst irgendwas. Ich habe früher irgendwie gedacht, dass diese Straßen vielleicht ewig gehen und so ein bisschen so die, äh, Orientierung in der Welt sichern sollen. Aber, ja, wir werden keine Straßen über ein riesiges Meer bauen. Also das sähe auch dann wahrscheinlich sehr out of place aus. Dann wahrscheinlich eher, äh, dann eher da irgendwie einen Hafen oder sowas bauen. So, eins nach dem anderen erstmal den Schulkerbox-Unloader. Und wenn ich, danach habe ich wahrscheinlich schon wieder genug von Redstone für einen Tag. So, wenn das jetzt funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann können wir hier die Schulkerbox sehen, wie sie entladen wird. Hier gehen die Items durch, das sieht gut aus. Ja, komm, müsste jetzt gleich fertig sein. Boom. Wieder ein Automatisierungsfeature für Crossroads Temples hinzugefügt. So, der ganze Shit kann wieder hier rein. Und dann können wir den Schulkerbox-Unloader schon mal streichen. Ey, eine kleine Insel, wo einfach nichts drauf ist. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was wir als nächstes tun können. Unter anderem möchte ich halt das hier. Ich möchte das nicht mehr hier haben. Ich möchte das an einem festen Ort haben. Wir sind ja beim letzten Mal ein bisschen rumgeflogen. Danach kamen mir tatsächlich ein paar Ideen. Also war das vielleicht doch ganz gut, dass wir das gemacht haben. Wir werden aber dann auch in Bälde Froglights benötigen, habe ich festgestellt. Und ich weiß noch nicht, wie wir das lösen sollen. Weil ich hätte gerne eine Froglight-Farm. Und am besten dafür wäre eine Bastion mit einem Magma-Cube-Spawner. Und dann müssen wir halt irgendwie noch Frösche rankarren. Das Problem ist, wir haben zwei Bastions bis jetzt gefunden. Keine von denen hat eine Magma-Cube-Spawner. Und ich finde, den Neta erkunden ist immer so eine Sache. Also man muss, ich finde, den Neta kann man ja nicht richtig kartieren. Weil man sieht ja bei einer Neta-Karte ja nur, das Bedrock-Dach, das bringt nicht so mega viel. Also es bringt einem höchstens was, wenn es darum geht, zu gucken, wo die Sachen in Relation zueinander sind. Das lohnt sich vielleicht auch mal irgendwann. Aber eigentlich ist es nicht so hilfreich. Ich glaube, das Beste, was wir in der Hinsicht machen können im Moment, ist einfach die Verbindungen zwischen den ganzen Portalen weiterzubauen. Und vor allem einfach auch mehr Portale in der Oberwelt zu platzieren und zu verbinden. Und dadurch einfach den Neta ein Stück weit zu erobern. So, die Idee war, wir haben diese Insel. Und ich glaube, die ist einfach abgelegen genug. Das passt total toll, wenn wir da die Karte hinpacken. Und dann hatte ich ja überlegt, ich will da so ein Schrein haben, wo die Karte praktisch in den Boden eingelassen ist. Und dann, ja, ich werde jetzt sehen, was ich vorhabe. Vielleicht erkennt ja jemand schon vorher, was ich vorhabe damit. Die Berge sind ein bisschen im Weg, to be honest. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt dann auch einen klaren Blick haben. Aber ganz ehrlich, notfalls trage ich auch die Berge ab. Dass wir ungefähr mittig sind auf der Insel. Denn es ist sowieso jetzt Shapes. Wir wollen einen Kreis. Und wir wollen den mit einem Radius von 13 blöcken. Und wir machen den auch ein bisschen höher. Setzen ihn hier hin. Okay, wir sehen ihn jetzt nur, wenn wir Mini-Hut anmachen. Okay, das können wir vielleicht einarbeiten. So, dann erst einmal alle Bäume weg. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Gibt es von Vanilletweaks oder so irgendwas, dass die Texte von den Bannern auf Karten, dass die größer sind? Weil das siehst du ja echt nicht. Na gut, die Glas-Textur hat halt auch so einen leichten Schimmer. Aber wir brauchen unbedingt einen Zoom-Key. Also das muss ich doch nochmal nachmoden, jetzt wo wir keinen Optifine mehr haben. So, wir könnten jetzt auch schon hier drunter. Ich will hier drunter auf jeden Fall noch ein Netan-Portal verstecken. Aber das ist, glaube ich, jetzt gerade... Da müssen wir sowieso noch viel Terraformen. Ich würde das dann vielleicht so machen, dass hier dann auch so ein Ausgang ist, der nach unten führt. Dann wird die Karte das gesamte Ding einnehmen. Ich habe mal großzügig geplant. Wie weit müssen wir mit den... Hier mitgehen, dass wir das Meer erreichen? Wir gehen noch 128 raus. Hier muss noch ein Stück. Hier geht's. Hier muss auch noch ein Stück. Hier muss auch noch ein Stück. Machen wir mal 150. So, Load Schematics. Damit habe ich gestern experimentiert. und festgestellt... Ich habe festgestellt, dieses Ding sieht nur in einem 90-Grad-Winkel gut aus. Und sonst in keinem anderen. So, wir kriegen das Ding nicht komplett mittig, weil es eine 2er... Also eine Geradebreite hat und das Ding nur eine Ungerade. Aber das fällt im Großen und Ganzen eh nicht auf. Die ist sogar eins zu weit. Wobei wir halt noch nicht den Sockel mit eingeplant haben. Und wir werden einen Sockel brauchen, glaube ich. Weil sonst wird man das vom Schreien aus nicht sehen. Und der Sockel wird wahrscheinlich... Ja, beim Sockel müssen wir wahrscheinlich so einplanen, dass das so treppenmäßig ist. So, ich möchte jetzt wissen, kann ich... ...das Ding... ...nann hier aussehen? Nein. Aber ich könnte es vermutlich sehen, wenn dieser... ...Berg nicht im Weg wäre. Ernstgemeinte Frage, weil ich mir da selber noch nicht sicher bin... ...sollten die Statuen hier hinschauen? Oder sollten sie... ...raus in die weite Welt schauen? Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass beides gut aussieht. Jetzt eh noch die Frage, ob die irgendeine besondere Pose einnehmen werden. Oder ob sie Waffen tragen werden. Weil für die Waffen müsste ich dann halt auch ordentliches Referenzmaterial finden, dass ich die halbwegs versuchen kann nachzubauen. Also zumindest den Kopf will ich halt schon von hier aus sehen können. Das geht... Also zwei sehen wir von hier aus zumindest. Ich weiß nicht, ob da nicht dann sogar schon eher der Sockel zu heftig wird. Wenn der so krass ist. Wenn er einfach 36 Meter über... ...über Dings, über dem Wasserspiegel ist. Das ist eigentlich schon zu busted. Ich würde die Dinger fast direkt auf dem Boden setzen. Ja, wenn du von außen auf die Insel kommst, dann ist das sicher geil. Aber von hier aus wirst du die dann... Du wirst den da sehen und du wirst... Du wirst den da sehen. Vom Boden aus. Das war's. Ich meine hier vielleicht, wenn ich ein bisschen nachhilfe. Ich will jetzt auch nicht die komplette Insel terraformen. Ich will die Insel aber nicht groß flacher machen. Ich will ja schon die einigermaßen naturbelastend behalten. Weil gut, solche Geschichten da müssen weg. Also, sorry, das sieht sketchy aus. Kannst du auch was unter die Statue packen, was fliegen kann. Passt nur sehr bedingt. Also einer der Charaktere, die hinsohn, hat so eine Fähigkeit, mit der das möglich wäre, ja. Du machst die Statuen einfach viermal so groß. Äh, uff. Ja. Welche Charaktere sollen das denn werden? Das verrate ich noch nicht. Leitmetiker hat keine Möglichkeit, dass du eine bestehende hochskalieren kannst, ne? Das wäre ja auch zu einfach. Wenn das gehen würde. Sehen schon etwas klein aus. Ja gut, das ist halt jetzt auch die Entfernung, ne? Das bedeutet halt auch, wenn ich ihnen Waffen geben will, dass ich auch die doppelt so groß machen muss. I don't know. Ich glaube, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, ich mache in der Testwelt nochmal ein paar Versuche. Oder einen Versuch. Ich weiß jetzt sowieso. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich sechs Statuen mache. Aber da hätte ich drei von den Statuen im 60-Grad-Winkel machen müssen. Das sieht halt bei solchen Dingen grundsätzlich scheiße aus. Selbst 45 Grad, das habe ich auch überlegt. Dass es acht sind. Wobei ich dann schnell hätte überlegen müssen, welche Charaktere ich nehme. Aber selbst 45 Grad-Winkel sieht bei Skin-Statuen scheiße aus. Aber ich glaube, doppelte Größe könnte das Play sein. Einfach, dass man... Dann müssen die Sockel nicht so riesig sein. Also schon irgendwie. Aber dann ergibt sich die Sockelgröße eigentlich schon fast von selber. Okay. Anyway. Ich lasse mir das mit den doppelt so großen Minecraft-Skin-Statuen nochmal durch den Kopf gehen. Und ansonsten würde ich sagen, ich beende den Stream hier langsam mal. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.